Wie jetzt? Jaaa! Ich dem wieder auf! Willst du mich ja in der Lobby aufmachen? So, da das jetzt ein Let's Play ist... Wieso bist du nur raus jetzt? Ich bin nicht draußen, ich warte die ganze Zeit auf dich, dass du in der Lobby aufmachst. Ich seh deinen Namen aber nicht mehr. Ja, ist egal, mach in der Lobby auf. Okay. What's up dudes, da ist ein Let's Play ist. Heißt es ja wieder, es gibt hier ne supergeile epische Hallo und Händewackel-Super-Hände, ne? Achso, du nimmst schon auf. Wackeldackel, wackeldackel, ein Amiga Witt-Hosen-Kamerad. Mit so einer epischen Begrüßung. Wir spielen wieder Stunde Null, seit vielen Jahren. Ich schwuchtel in dem meine Zweitlieblingsfarben. Achso, ich wollte gar nicht grün, sorry, ich wollte grün, ne. Ich gewähle Lieder. Und natürlich ist wieder der Spaß hier anwesend. Der kennt er, die Stimme kennt er doch. Afka. Guck mal, Dark Raptor at Bastion. Oh Gott, das ist schon lange her, ne? Wer ist da denn neu? Das haben wir das letzte Mal gezockt, auch Stunde Null, ne? Da wir nix anderes haben, was wir spielen können, äh doch, ne. Wir hatten auch, wir hatten auch Ken's Rache, AOD haben wir mal gespielt gehabt, wo wir dann am Ende quitten mussten. Alarmstufe... Alarmstufe 3? Ja, das ist jetzt auch schon, glaub ich, zwei Jahre her oder ein Jahr. Könnt so sein, ja. Alarmstufe 3 Kampagne. Und eigentlich sollte Beate und Gondel auch reinkommen, aber die kommen erst heute Abend, dann ist er da weg. Da muss ich mit den zwei Noobs alleine spielen, sehr gut. Tja, wir können das Spiel doch schon auch richtig gut. So, hier, Aufwärmübung. Es geht los mit, äh, Comp Stomp, ähm. Okay, nein. Es ist viel zu warm, Mann. Ja, ich vor allem muss ich meine Vatillator jetzt ausmachen, weil sonst rauscht es die ganze Zeit wie früh, oder? Wir werden eh verlieren. Damals hatten wir immer einen mittleren Gegner als Freund, ich nehme jetzt lieber einen schweren mit. Ja. Weil sonst verkackt habe ich auch. Ganz gar nicht. Ach, wir hatten ja immer einen 5 gegen 3, ne? Ja, hatten wir immer noch. Dann machen wir erstmal... Ich weiß gar nicht. Ja, einfach alle auf easy. Genau, alle auf easy. Das war eine jeder Herausforderung, ja. Das sieht jetzt aber sehr leicht aus, oder? Wollen wir die nicht auf den Mittel stellen? Ja, komm, Mittel. Am besten sind die beiden dann auch noch Luftwaffengeneral, ne? Am besten jeder alles Luftwaffengeneral, unser Gegner. Ja, ja. Und ich bin mittendrin. Ja. Ich spüre den Hass. Ich starte in Wirtmülder, hacke die Map und mache in der Mitte einen Spielerplatz hin. Da gehst du dann rein. Ja. Ich spüre schon den Hass, der auf mich zukommt. Da kommen so 360 Grad Winkel, Flugzeuge von allen Seiten, bombardieren deine Basis weg. Und ich bin tot. Ich weiß, dass ich damals mal mit dem Mittelstand gespielt hatte, allerdings war es ein Just-For-Von-General. Hm. Ich weiß auch nicht mehr, was der Amor-General konnte. Ich glaub, der war zu total kacke. Ach, ein Amor nennt er? Ja, ich glaub, der war zu total scheiße. Die Superwaffen hatte, glaub ich, die Plasmastürme, wenn ich mich recht entsinne. Ich verwechse natürlich jetzt alles mit Contra, ne? Ich verwechse jetzt alles mit Contra, ne? Aber es ist ein Glück, dass ich Contra schon seit knapp vier Jahren oder so nicht mehr gespielt habe, was? Oder... oder? Aber jetzt ist es nicht lang so lange her. Ich mach erstmal Demolition, da weiß ich immerhin noch so ein bisschen, was der hatte. Machen wir ihn als Laser? Fuzzi? Oder... Wir bräuchten hier noch einen Schneese, oder? Ja, Japsen kommen ja noch. Japsen macht immer Spaß zu kämpfen, weil die immer schöne, geile Panzer haben. Ich weiß gar nicht, warum man den Infanterie-General spielen sollte. Hört sich total scho aus an. Ich würde eher behaupten, dass wir ein anderes Problem haben, und zwar, dass dann wieder diese schöne weiße Bild kommt mit... ...eine gespielt, der Spiel ist nicht mehr synchron. Ha! Äh... Das wird eh kommen. Wahrscheinlich so cool wie vor dem Sieg oder so. Weil dann hab ich echt keinen Plan mehr, woanders liegt, ne? Hier hast du dann Japsen. Danke, danke. Alles schöne Japsen. Warte mal, das sind ja die leichten, das sind ja die mittleren Gegner eben. Ups. Ich wollte ja eigentlich die starken Gegner also, ne? Ja, aber kein Luftwaffen-General. Ja, okay. Danke, danke. Finde ich nicht gut. Ihn zuliebe. Ich möchte auch, dass du den so platzierst, dass er mich angreift. Ja, dann bitte kann ich den sowieso nicht platzieren. Achso, du meintest das klar, du musst ihn ja links... Ja gut, unser Kalki-Kumpel wird eh sterben. Wenn er stirbt, dann hast du gelitten. Dann kommen sie alle zu dir. Ja, ich bereite mich vor. Ja, ich heiße ja nicht umsonst aber General. Achso. Ah. Mir fällt gerade der letzte... Ich weiß, das ist immer so ein... Wir spielen ja jetzt die englische Version vom Spiel, ne? Mhm. Also haben wir jetzt die Terroristen oder von denen haben wir jetzt diese... Oh, diese scheiß fahrende Bomben? Wir haben jetzt die Terroristen. Geil! Das ist die Glitchie ja weg. Ich weiß aber nicht, was du mit farbigen Bomben meintest. Fahrende Bomben. Wir fahren aber besser ab. Von der deutschen Wix-Version. Also ich hab Menschen und keines Highbox gehabt bei USA. Also denk ich mal, dass wir die, äh, uncutten. Ich hab immer schön fette Grafikfehler gehabt. Obwohl da im Hintergrund... Dein Hintergrund laufen ja gerade so ein paar IBG-Soldaten rum, aber ich glaube ich sehe da gerade keinen Terroristen. Dazu muss man aber auch noch sagen, wir haben jetzt generell die englische Version, du hast ja jetzt nicht mehr die Deutschen. Naja, ich konnte ja die Originalversion nicht mehr spielen. Ich muss jetzt auch zur Ultimate Edition greifen, weil sonst lief gar nichts mehr. Ja, immerhin läuft es mit der Ultimate jetzt, ne? Weil ich hab ja das letzte Mal, als ich probiert habe, dieses Spiel zu starten hier, hab ich nämlich eine CD, äh, die läuft nicht mehr. Ja, ich krieg auch immer Hunger, wenn ich die CDs anlege. Und jetzt mach mal hier... Hä? Player was not... Player was not respawning, steht da. Ah, ja, ja. Das ist wahrscheinlich ein Game. Ich hab ein Let's Play als Beweis. Och Mensch. Danke. Ja, das ist ja sehr gut, vor allem wenn du dann mitten in der Runde rausfliegst, das wird dann dann sehr gut sein. Läuft ja gut, schonmal, ne? Oder du hast zu lange nichts gemacht oder so. Ja, hab ich. Ich hab zu lange nichts gemacht. Glaube ich. Jaja, das Game wird eh crashen, also mal schauen. ... und... ... immer mit dieser Motivation, ne? Kannst du dir gut laufen. Also sollten wir nicht jetzt in den ersten 5 Sekunden schon gleich ein, ähm... ... Dings-Screen bekommen... ... Asikon-Fehler, dann... ... haben wir schon mal die erste Hürde geschafft. Kann ich ein paar Schuhe haben? Ja, das läuft. Auch wenn die Auflösung kracke ist. Wieso ist da so ein pinkes Drecks... ... Feuer im... ... Lall... ... Dings-Screen? Ich weiß jetzt nicht, was du meinst, aber... Na, brennt ein Leuchtfeuer in meinem Lager! Tja! Ich wünsch dir, ich könnte erst mal gucken, aber ich weiß... ... du wirst dich ändern, dass ich gut bin. Schon mal nach, mal nachgemacht? Ne, das Lagerfeuer bringt halt Glück, das Pekel. Au! Okay, okay! Ich werde arbeiten! Ey, jetzt habe ich diese englischen Stimmen hier! Jetzt habe ich das ganze Spiel in Englisch! ... und auch die Einheitenstimmen! Ach, scheiße, ich habe die ganze Zeit... ... ein bisschen nett. Ich habe die ganze Zeit B gedrückt und mich wurde... ... warum kann ich... ... warum keine Bulldozer gebaut werden? Weil die sonst hier jetzt... ... ja, andere fassen. Äh... Achso, Bulldozer? Ja, achso. Ja, selbstverständlich, was soll ich denn sonst haben? Ja, bei Contra gibt es die Roboter! Ja, da ist es auch für Roboter-Generally, ne? Siehs, ich verwechsle alles mit Contra jetzt! Ja! Ich brauche jetzt einen Radar, Mann! Wofür ich dich abziehe hier! Ohne Radar, dann läuft das nicht! Pfff, frag mich mal! Ich kann erst einen Radar machen, wenn ich eine Waffenfirmen kann! Hmmmm, das ist aber schade! Ist nur lustiger, wenn ich es jetzt eher schaffe zum Radar als du! Ach, meine Radar ist schon fertig! Ja, Mann, ich baue meinen Radarwagen auch schon! Ohne Radar! Na mal gucken, wo ist denn einer Radarwagen? War das jetzt so... Ohnein, das war so ne Kacke, wo ich den Palast nur einmal bauen konnte! Ach du Kacke! Ja, du konntest den Palast auch schon immer nur anbauen, aber... Original-Spiel nicht! Oh! Das ist aber schade! Das ist gebalanced! Ich will das voll kacke! Ich will das voll kacke! Weißt du, jeder Spasti kann... ... jeder Spasti kann seinen kacken Palast... ... äh... ... Technologiezentrum mehrmals bauen... ... IWG... äh... ... WA... ... Japsen! Aber ich nicht, ich kann nur ein Strategiezentrum einmal bauen! Ja okay, ja stimmt ja, wegen diesem Schlachtplan... ... mhm... Ich hab voll vergessen, wie ich die Gegner eigentlich angreifen wie hart! Ich weiß nicht mehr wer mein Gegner ist! Vermutlich gar keiner, weil in der Mittelstadt ist, du Pussy! Hey! Hey! Bin ich... bin ich männlich und ziehe die gesamte Aufmerksamkeit auch gar nicht, ja? Ah ja! Oh man! Ich möchte echt gerne wissen, dass es einfach mal wenn man Gegner ist! Egal, ich stell mir einfach Scheiße und dann passt doch schon! Bleh! Ich wünschte mal, ich hätte mehr Waffen vorliegen! Letters tun in! Bau! Mäh! Immer mehr Stinger-Stellung bauen! Mehr Stinger-Stellung bauen! Bleh! Au! Okay, okay! I will work! So, platziere ich jetzt hier ein paar von den Dingern... Yes! Yes! Can I still live in peace? Weil auf Skambiun-Raketen wäre ich auch fresh dabei, Alter! Mann, ich hab von gar nichts mehr in dem Plan hier! Du weißt, wie man Einheiten baut! Das ist ja schon mal das... das Minuten, ne? Ich glaube, ich hab Terroristen hier! Ja, toll! Ich glaube, ich sollte mal... Nein, jetzt ist die Frage, was eigentlich mit uns auch verbindet zu machen! Soll ich da jetzt ein Teilungsgebäude bauen, damit das läuft oder? Soll ich den alleine lassen? Ja... Nee... Ich weiß jetzt nicht, wie gut der Laser-Ganal da ist! Ähhhh... Bau, lieber helfe ihn lieber ein bisschen! Ähhhh... Ja... Ich seh da nehm ich jetzt schon so ein paar Probleme. Ich hätte ja dich lieber dort rein platziert. Was hättest du lieber? Ich hätte dich lieber da nix platziert, ne? Ja, aber ich denke mal, so kriegen wir eine bisschen Action hier rein. Action! Die Basis sind nicht für die kleinen Bauern, eine lüge und alle sind weg. ... Kann ich mal mehr Geld kriegen, bitte? Aua. Hast du kassiert? Ja... Das Haus hat wir. Hey, sch 한�z, bitte. Ich werde mein Bestes machen. Sehr gut. Luftwaffe General. Ähm, Kraftwerke, Kraftwerke, Kraftwerke gebaut man so genug. Kraftwerke baut man so. Ja komm, ich muss mir hier gerade erstmal reinkommen. Geh, weg, ihr Kacke, Leute. Ach, ich hab keine Energie mehr. GG. Danke schön, dass du dieses Kackelaut wohnst. Ah, schon wieder klein. Er wohnt sofort ne Superwaffe! Der Noob! Warte, aber das Ding hab ich keine Energie. Ha! Ist das dein Ernst, Mann? Ich glaub, mein Verbündeter stirbt jetzt schon. Warte auf mich. Äh! Apsch! Ich hab sogar den Anfall bekommen. Ja, der Mann! Warte auf mich! Skorpdjorn, Reich hier! Ich habe noch nicht nach dem Spectrum. Du wirst auf meine Funktion. Niemand steht in unserem Weg. Schau, ich werde das machen. Niemand steht in unserem Weg. Wow! Habe ich dir nichts zusammen geklappt?! I will do my best. Ich werde nicht derzeit mal machen. Ähm, wirst du überhaupt nicht darüber schießen? No one stands in our way. It will be taken care of. BAM! Haha! Nuklearmissile?! Ha! Den kriegst du ab! Was? Was? Wer? Wie? Was? Oh man, ich muss... Okay, okay. Okay. Da weißt du, ich habe zum Glück was gegen zu tun. Ja. Mach mal. Schöne an die schönen Stelle Lüft an einen Frauen. Niemand stands in our way. Roach? Papa Roach oder was? I will do my best. We are the just ones. What? KABAM! As fast as I can. They must die! Same of die! Das sind alles nur betrüger die BG-Typen hier. We are the just ones. These people will not be mocked. You are on the floor. Oh, ich habe wieder Geld. Oh, 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 oh. So, was baue ich dir? Ich baue mal einen German Kill. Einfach mal so, just for fun. Oh, oh. I will do my best. I will do my best. They must die. No one stands in our way. This is good. Boah. Ich dachte gerade, die schießen auf meine eigenen Soldaten. Ne, bist du noch da? Ja, aber ich muss mich konzentrieren, weil ich gerade auf Small bekomme. Weil die normalen auf mich gegangen sind. Weil ich gerade so auf Small kriege. Ja komm, ich habe mich gerade komplett um nach dem Verbündeten da gekümmert. Und da sehe ich jetzt mal, dass sie einen Rascal und meine Entscheidungen weggekommen haben. So, okay. Das ist gerade sehr schön. Oh, oh. Ich bin, toll. Ich bin ja natürlich gratuliert. You fucked up. Oh, oh. Glückwunsch. Du bist am Sterben. Oh, feurstell. Scheiße. Oh, Feiersturm. Yeah, ich komme! Ich will... Oh, jetzt ist scheiße kaputt. Er kommt ein Antiliebbeschuss zu dir runter. Und er brasht... Die Waffenfabrik lebt aber noch. Ich will mich gerade irgendwie weg... Guck mal, wie ich dir helfe! Guck mal, wie ich da das Flugzeug zerstöre! Okay. Du hast noch ein bisschen was verloren. Ähm... Das finde ich jetzt aber nicht so gut. Na, muss dich missballen hier! Der Krieg wartet nicht! Ich bin gerade... Ich bin gerade ein bisschen überfordert, um ehrlich zu sein. Überfordert! Äh, äh... Ladehemmung oder was? Ja, ich bin gerade echt überfordert, Mann! Was, wie lange in meiner letzten Runde hierher? Scheiße! Ja, das läuft, muss man sagen. Äh, da kommt ein Overlord, glücklich. Ich bin gerade ein Infiltrator, verdammt! Danke dir! Ich hab'n Infiltrator, verdammt! Damit könnte ich den Dings... Oh, da ist halt die Lebensmühle! Ich hab' dir ein Souvenir da gelassen! Ich hab' dir ein Souvenir da gelassen! Du schaffst es! Ich guck mal, da kommt noch mehr! Toll! Das ist nicht... Ähm... So... Jetzt muss ich kurz überlegen... Willst du mich verarschen, der Scheißblau da oben? Oh! 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 Hast du den Panzer halt geklaut? Äh... Ja! Äh... Äh... I will do my best! I will do my best! What? Thurde... Ey, ist das sein fucking Ernst?! You don't get my favorite? No one stands in our way, fast as I can. Fast as I can. Fast as I can. I will do my best! Eheh... No lack of courage! What? Der scheiß blaue Ballt hier einfach von meiner Fresse wie alles auf?! Oh, und diese Einheitensteuerung ist so kacke hier. Sie sind total einfach hier gerade bei mir. Ach, ich glaube, mein Strategie ist das Gebäude verloren? Ja, das hat doch dieser eine Bomb-Teppich zerstört. Ich bombe aber hier hinten ein Gebäude, ne? Äh, unser Verbündeter ist tot, ne? Ja, das hat doch jetzt irgendwie so auf mich ein, wenn man nicht so ist. Das wirst du, dass unser Verbündeter tot ist? Aua, 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 aua. Puh. Ist halt easy gerade bei mir. Ein bisschen easy, ne? Bei mir, bei mir ist bei mir, äh, ist das ein ganzer Typ eingebautet worden. Hehehehe. Ja. Ja. Okay. Ach, da richtig Laune hier! Overlord gegen Overlord-Action! Ich find's gut, währenddessen verstörst du schon die Basen da hinten. Äh, ja, guck mal. Der braune, also mein Gegner hat sehr viel hier oben. Hast du das alles schon zerstört, oder ist das ein Bug? Das ist ein Bug, der baut nichts auf! Welcher General ist das denn? Der ganz normale Schiener. Alles klar, lassen wir uns mal. Ja, guck mal. Jetzt fängt er an, jetzt fängt er an aufzubauen. Hä? Ja, da haben wir doch noch ne Chance. Toll. Ja, und du wieder zu meinem wirst zu mir in das alltägliche Bild. Guck mal, einer ist tot. Einer hab ich geschafft. Ey, ich bin wieder drinnen, ja? Ich bin wieder drinnen. Du hast mich gerettet, und das hab ich so... Das sind keine Pfannen von mir, aber... Bitte schön. Ich hab jetzt das Gefühl, dass der blaue da schon wieder alles aufbaut. Our will is strong. No lack of courage. My worst was faster. Au! Okay, okay, I will work. Wow, ist dein scheiß Strategie-Zentrum an einer Basis auf. Our will is strong. I will do, what I must. Wirklich? Ich möchte darüber nicht reden, ja? Alter, wirklich. Our will is strong. Also, wir dürfen schon mal merken, China dürfen, sollten wir glaub ich nicht benutzen. Und ich glaube, zu dir kommt ein Spectrum. Ich glaube, zu dir kommt ein Spectrum. Also, hon, wirst du ja noch mal aufs Maul. Das dritte Mal. Geht, der wird super-rachtgebeschossener, wir haben zu erleden. So, jetzt hoffe ich nur noch, dass er keine Stromhöhung hat, warum hat er das nicht so gut, wie er schon aufgedrückt hat. Don't push me. Hat er das auf Rot geschossen? Yes, yes. Oh, fuck. Don't push me. Äh, da sind Fahrzeuge in deiner Basis. Danke. Ja, ich dachte du hättest es nicht gemerkt, ich wollte dir nur über Bescheid sagen. Ich mag ihn nicht gemerkt, ich will nicht. Du hast den Magen und den Marken, mein Vater. Alter, boah, hat er seinen verfickten. Yes, yes. Äh, Roach, Ambush, Marauder, äh... Fünf, zehn, fünf Prozent... Ist eigentlich... Aua! Ich muss sagen, bei mir ist es total einfach hier so. Ja, du hast ein bisschen was verloren da. Guck mal, Luftwaffe geht da rein. aber die KD wir trotzdem ein bisschen leichter als bei Contra die jetzt ich meine mit da eigentlich immer so Massen an Tanzfrauen alles normalerweise während der gar nichts wird also ich weiß nicht ob ich in der Lage bin das zu sagen ja raus da er baut schon wieder alles auf hier ja englische schnuppler voll hey Terrorist da war ein Terrorist da war ein Terrorist geil hey hey warum läuft er nicht sein ach der hat kein Strom deswegen läuft das ganze für dich weiter nö nö der hat keinen Saft mehr ha noob verliert der erstmal ja hehehe sagt der mit seiner halben zerstörten Basis da unten ja ja boah das hat er gut zerstört ja 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 dann ich fühle mich sogar noch mit da eins los hehehe scheiß Blau nennt ich mal los während hier ja Alter, das kann jetzt alles gut. Ähm... Äh... Ich riechle aber nicht nett. Die KI hat gerade meine Abwurfzone weggeballert gebombt. Ja, die ist doch ein bisschen schlau, guck. Die will, dass du kein Geld mehr kriegst. Ja, ich hab ja eh schon kein Geld mehr, also... Ach, das war wieder so ne Mod, wo ich kein Geld geben konnte. Ich will ja eh kein Geld von dir. Dein Geld ist nix wert. Dein Geld ist gar nix wert. Hauptsache, mein Infiltrator lebt. Guck dir meine Schiff. Vorher an der Flur. Hat der jetzt doch wieder den Scheiß an den Mod. Alter! Sooo... Warum bewegt sich da ein Kran, Hiddletail? Don't get on my backside. Ich sag mal, Mila ist total un-easy gerade. Guck mal, da kommt ne Bombe! Oder ist das ein Passwort? Boah, wie langweilig! Nein, ne Bombe kam runter! Was? Don't push me! Ja, das gefällt dir, ne? Jaaa! Ich hab weggebombt gerade. Ich frag mich jetzt allerdings immer noch, wo du seinen Scheiß vervielten Arbeit hast. Don't push me! Wie kann er denn hier alles aufbauen? Äh? Die Worms sollten das Dirt lieben. Weg! Weg! Lass sie ihn auch weg! Ja, ja! Gehe ich jetzt nochmal in die Mitte? Vielleicht war's der dann? Die Worms sollten das Dirt lieben. Seid froh, dass der Luftwaffe General nur ein mittlerer Gegner ist. Alter, der Luftwaffe General, der geht mir echt schon aus dem Sack hier gerade mal. Das ist nur ein mittlerer Gegner? Was willst du? Ah! Ich... Ich... Ich will gar nichts! Doch! Ich will aus meiner Finanzkrise raus! Meiner Finanzkrise! Jaaa! Du musst zum Steuerberater! Guck mal, da kommt was Gelbes runter. Könnte... Könnte Geld sein! Nein! Ich darf doch! Ich war kein Geld, ich bin echt da hingegangen! Was ist du denn da? Starlifter? Hehehehe... What? What? Gehen! Ich warte nur bis mein Scudgesturm bereit ist und dann kann ich auch mal in Aktion treten. Oh, ok, ok, ich werde arbeiten! Ich freue mich für dich! Ja, ne? Machen wir aus dem Sessel raus. Was ist dieser Kampfbus gewesen? Was ist dieser Kampf? Warte auf! Oh Gott, gehen die langsam. Was denn? Lass doch mal nen Panzer in Ruhe her. Wir müssen alle vorwärts werden! Guck mal, mal in der Meinung, Wollofloss und Ruhe! Lass uns in Ruhe! Hör! Wollte mal mit dem Fahrzeug Kürz fahren? Nee, das ging auch nicht. Wieso baut der hier eigentlich? Hä, wie baut der denn seine Basis? Alter, der Nukleerkanal hat auch ein paar Probleme irgendwie hier. Hast du das an der Karte? Hä, das ist ja... Ich sehe immer mehr Scheiße in meiner Basisball. Die Blur Damage Ramp ist so geil. Wo ist denn mein Kampfpunkt? Es sind ja eh Sommerferien, also willst du mal Zeit für einen Kampfbus hier zu vermöbeln? Zu spammen. Es wird mal Zeit, dass du was tust hier. Weißt du, ich mach hier alles ganz alleine. Da hinten die ganze Zeit gar nichts. Gucken wir da, gucken wie immer mehr, weniger grüne Punkte auf meinem Radar erscheinen. Verschwimmen. Ja genau, jetzt kommen wieder deine Ausreden, weißt du? Haha, guck mal, Doppel K.O. Du tust ja so, als hätte ich gerade eine meiner letzten Abwurfzonen verloren. Ne, eine hast du immer, aber das ist gekleppt. Ich meine, ne? Guck mal, da kriegst du wieder Abwurfzonen. Guck mal, da kommt wieder ein Panzer von dir runter. Ey cool, ich hab Geld bekommen. Ich hab ein Kraftwerk gebaut für mein neu verdientes Geld. Bis gleich der andere Beschuss von Gelb kommt und wieder alles weghaut. Oh, in Schnellsetzung gefehlt mir noch. Oh, und das KSV... Und das AFK-Gewehr. Da denkt er so seine Flugzeug auf dem Patrouille zu lenken. Ich finde das voll langweilig. Der Pinkard baut ja gar nichts da. Der Gelb ist ja der einzige starke Gegner hier. Der Pinkard baut ja gar nichts da. Toll! Dass du so, dass du so empfindest. Oh, was, wenn du 30, ähm, kannst du mal zu, ähm, die Nuklearwaffe zerstörst? Ich spreche das eben. Jetzt hätte ich mir nicht sagen können, jetzt hab ich die gerade auf Pick-Up gesetzt. Ich will gucken, wie jetzt hier, weil Pink gerade alles wegfliegt. BAM! 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 Ich glaube... Ich glaube... Ähm... Es kann eigentlich sein, dass ich auch, ähm, die anderen Super-Waffen anabbekomme. Ich habe keinen Spur. Ich weiß nicht, die... ...Pattriger-Kanone? Oh, fuck. Scheiße! Du hast nämlich getroffen. Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! Oh, man! Genau, da muss ich mit! Genau, da muss ich mit! Haha! Du bist weiß in deiner Basis! Haha! I will do my death! Aua! Easy! Also, ähm, geht's dir eigentlich so. Ich kann mich nicht beklagen, wieso? Mir geht's gut eigentlich. Ich verstehe, ich verstehe! Ich werde das machen! Kann das sein, dass bei dir an der Basis irgendwas fehlt? Ich möchte nicht darüber reden, was das enthält. Eine Ende zu mir hier! Weißt du, wusstest du, dass General... ...Tao gerne Rust spielt? Hahaha! Das ist du! Impe-Dead! Wird das eigentlich ein einziges von angegriffen, das war so aus dem Terrest? Ja, ich wurde von... Blau angegriffen. Okay. Und das sehr... Aha, schwer. Ah, ich hab keine Anti-Air... Flugzeuge. Was ist denn schmerz? Ich tue, da kommt was Gelbes runter. Was soll ich das jetzt aufmontern jetzt eigentlich? Ich wollte dir ja nur vorwarten. Dass du auf jeden Fall den Atelierbeschuss abwärts, der hier nur auf deine Uhr mal ist. Achso, da kommt auch noch der nächste Bomber. Ich hab grad meine Hauptzentrale verloren. Tatsache! Okay, ich zerstör' muss mal pink hier. Nein, der Pilot muss leben! Ha! Ja, der kackt doch weg! Ja, ich verstehe. Wer ist in unserer Weg? Dann greife ich ganz kurz mal Dings an. Upsala, was ist denn hier los? Wer denn in welcher Verlierung hat denn hier so viele Kampfbusse gebaut? Was macht jeder kaputt, Mann? Oh. Ähm. Wie wär's denn, wenn du diesen Scheißer-Fick-Komentschiff-Folgen angreifst? Mein Gott. Was soll ich angreifen? Oh Gott. Äh. Nein! Lass dich sterben! Noch Ben. Oh, ich hab bei dir noch einen Typen. Ein, äh... Bulldozer? Ja. Du gehst erst mal in... Geh erst mal, geh erst mal in mein Flugzeug. Und jetzt versteckst du die Fienzen. Ich? Was? Wo? Nein, nein, in meinem Bulldozer. Ich wollte doch als Dinger-Stellung bauen, dass da keine Flugzeuge vielleicht deinen letzten Bulldozer zerstören. Nein, nein, das ist in meinem Flugzeug. Das ist in deinem Flugzeug. Ja, das ist eine sichere Stellung, ja. Auf, der hat einen Scheiß-Overlord. Da guckt ihr immer an. Alle. Hauptsache, der steht auch da rum, auf dem geht's gut. Warte, warte. Ich werd hier ge... Spaß. Was? Alter, diese Schockwave-Mod... Ist doch diese geile Modifikation mit den Partikel-Kanonen so übelst geil explodiert. Mhm. So übelst episch. Im Übrigen, vor allem hat der Panther-Panther jetzt ein Problem, der auch, oder was? Ein bisschen, ne? Keine Sorge, ich hab überall irgendwelches Kanonen-Protum gemacht. Ja, ich seh. Die kommen sehr gut an. Haha. Warum bombt man eigentlich Infantrile? Gibt's da für irgendeinen Grund? Außer Hass, den man dem Volia in den Gegend bringen will? Ey, ich krieg gleich wieder Geld. Wiss ich. Nein! Aua. So, was? Wo war ich denn gerade? Achso. Ich weiß nicht, du wolltest gerade, glaube ich, einsehen, dass ich hier gerade alles alleine machen muss. Wir werden ihn nicht stärker sein. Habe ich denn? Habe ich denn? Ja, habe ich. Habe ich. Also von Hellblau kommt, dürfte gleich nichts mehr kommen. Ich werde mein Bestes machen. Das ist gut. Ich werde das machen. Wir sind die Juste. Es sei denn natürlich, er spammt jetzt hier noch. Bleib mit dem scheiß Raketen. Wer von oben. Ey, ey! Weg mit der Bomber! Außer Flugzeug! Ey! Das finde ich jetzt aber nicht nett. Wir sind Anti-Ermer hier entschicken. Immerhin kann man ja sagen, die Zuschauer-Tribüne ist auch was Tolles. Ist der jetzt noch größer? Nein, nachher nicht. Keine Mühe! Keine Mühe! Keine Mühe! Keine Mühe! Keine Mühe! So, jetzt möchte ich mich dieser super wichtigen Aufgabe widmen, die Partikelkanonen zu zerstören. Je sagt, dass er noch nicht mehr erfüllt ist... jak sie顺繍 wird. Ich werde das machen. Ich werde das machen. Es ist gut! Das ist gut. Er ist nicht die Angst. Keine Mühe! Hier unten zu wollen. Ich verstehe! Jetzt bekomme ich vielleicht zwei Sterne rein. Ich verstehe! Ja, zwei Sterne. Wäre schön, wenn du deine scheiß Kopfschuhe ohne Rakete immer abfremd wirst. Dankeschön. Nein, nein. So. Das ist auch weg. Puh, ich muss sagen, ich bin schön nutzlos die ganze Zeit gewesen. Ich meine, bitte. I will do my best. Ähm. Kannst du mir was sagen, warum hinten in deiner Basis mein Schiffenszentrum kaputt ist? Ich habe keine Ahnung, wer das geschafft hat. Hast du mein Schiffenszentrum weggeballert? Also Blutscheid bin ich auch nicht. Traurigweise hätte ich das wirklich geglaubt für dich. Alter, Probleme hier. Ja, greif den scheiß Piloten an. Ach, der, 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 der kommt jetzt mit so einem Ding angeschissen. Okay, du willst es ja nicht anders. Boah, der will mal kacken in seiner Basis. Ist ja wieder nicht. Ich hatte gerade einen Bulldozer und dann kam Ati noch mit Feuer. Dann, dann wurde der Bulldozer, ah, ich werde zugucken. Wo? Ja. Kommt gleich noch mehr. Ach, tu mehr. Kannst doch nichts. Ach, du wirst gleich sehen. In zwei Sekunden ist er da unten. Was doch. Okay. Was ist ja auch einfach, ne? Joa. Ist ja toll an die BG. Sie muss die! Panzer, Panzer. Man kann immerhin sagen, ich war gut, dass du uns. Halt! Halt! Haua. Böse. Böse, Böse, Miet. Fehlt in die Anti-Air. Oder mir fehlt das da. Ich kack mich jetzt immer noch da. Natürlich. Weg, kaputt, geh weg, geh weg, kaputt. Ich genieße meine Zeit. Meine Freizeit. Ja, hat sich hier Empfänger. Es hat ja da unten nichts zu tun. No lack of courage. Böse, Mietz. Es ist gut. Außer auf den Teller zu kratzen. Geht das nicht mehr? We are the just ones! No one stands in our way! Is Videl! So! Their tragedy will come! How glorious! Wer hilft dir, ja? Wer denn, was? Wer hilft mir? Ähm... Ist mir da eigentlich was erzählen gerade? Du, da kommt was runter, ne? Ähm... Das finde ich jetzt noch nicht gerade, das ist sehr nett! Flieg! Alter, die sind geplatzt! Okay... Das nenne ich die Gewehr! Was ist denn da oben? Hast du das auf die zwei Waffenfabriken geschickt? Ja! Was ist das überhaupt für ein komischer Monster-Dildo, der runterkommt? Das ist eine Splitter-Rakete! Ja, nein, naja! Das war's! Ist ja nix! Ja, erinnere mich dann an... an manch Anderer-Rakete! Ich muss sagen, die Chinesischen gefangen bis an Mais! Ja! Atom-Rakete stellt am geilsten aus! Ja, und wenn sie kaputt... und wenn von denen die kaputt gehen... ... die Partie klaren, oder? Ja! 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 So! Sommerferien! Jetzt aber extrem! Was sind das da für Dinger? Für Trucks? Schulbusse! Ferienurlaub? Ah! Schul mit! Wenn die sich hier nicht mal ins Oberland quetschen würden! Super eigentlich ganz... Oh, warte mal! Dort, wo uns der Weg hinführt! Dort, wo uns der Weg hinführt! Guck mal, da kommt ein Overlord! Wir werden nicht stoppen! Juhuuu! Ich denke, die Explosion war schon fett... ähm... Ich find die so geil, Mann! Wir haben schon so fett, als von unseren beiden Superwaffen an! Ich find diese Explosion voll geil, Alter! Ich spamm von denen immer voll gerne welche rum! Oh, jetzt hab ich die falschen gebaut! Tja, die Sommerferien waren bei denen allerdings nicht allzu groß! Oh, kacke! Das wollte ich gar nicht so ansetzen! Ey, guck mal! Er macht hier auch noch was! Ich stell dir vor, ich hätte nen Radar! Dann könnte ich nicht sogar hingucken, wo er das macht! Ähm... Geil! Wie kam's denn jetzt mit so'n... äh... Flugzeug dann? Oh, fuck! Das sind Gatling-Panzer! Die sitzt sehr stark gegen Flugzeuge! Nein! Hatte ich kein Gerücht! Wo schickt er die denn hin? Sammelt der... Ah, der sammelt die da oben! Geilo! Kann ich Atomrakate draufwerfen! Ne taktische! Hm... Willst du nicht lieber mal deinen Scud-Storm einsetzen? Ja, das Flugzeug hat gerade noch auf epische Art und Weise was hell gemacht! Wir haben MANY Demo-Traps zu sparen! 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 Wirklich! Tja... Warst du denn dein Ding geschossen? Das nächste Mal schieße ich auf deine Basis! Ey, geh meinen Flugzeug! Ja, den hab ich für die ganze Zeit leicht geschossen gehabt! Schöne rote Explosion! Oh, fuck! Ich kann doch nicht wissen, dass du deine... Dein Scud-Storm so... ...so...so...so... ...gut einsetzen gehst! Im Übrigen ist da oben noch eine... Waffentummel! Na gut, das war's dann wohl mit meinen letzten Proben! Und das war's dann wohl mit meinem Flugzeug! Ja! Du hast ihn einfach so in den Tod geschickt! Ja, was bin ich bloß für Monster, ne? Ähm, oben rechts! Wieso oben rechts? Ja, guck mal dahin! Sag mal! Ich wundere mich die ganze Zeit, worauf ich kein Gate bekomme! Da weiß ich... Alles kaputt! Das sind meine, ähm... Wie heißt das? Mein strategisches Zentrum ist Schrott! Meine Abruft-Zuhr und alle! Die auch bei dir hinten war! Haha! Er hat's direkt nur auf dich geschickt! Ich verstehe dieses... Ich verstehe das nicht! Aber ich kann's akzeptieren! Jetzt schickt der ein Gatling-Panzer dahin! Was willst du denn mit deinem Looptunnel da, hm? Das da! Ich... Ich hasse dich! Haha! Yeah! was lebt jetzt noch? Ja, ähm... Really? Aber du kannst'd eh die ganze Map sehen! No one stands in our way, my horse was faster! Ah nee, das ist gar nix. Ach, da ist ein Gatting-Panzer. Haha, das ist nur ne scheiß Abfu... Ah, guck mal, der Bulldozer hier noch! Der Pinke. Ach, da ist der ja noch. So, hat zwei Bulldozer noch! Hast du da Fla... äh... Fallschirm-Trupps? Tatsache. Hey, wie macht er der da? Ähm... Ja, das schaffst du auf jeden Fall! Äh... Mensch, du kannst ja gar nix da... Okay, jetzt mach ich mal einen Blindshot. Nice! Der baut seine Basis-Taube wieder auf! Ist ja geil! Tja, und jetzt verliert der Bulldozer. Ah nee, der ein... Hey, hey, hey! Fang ihn mal ab! Was denn? Bulldozer, der dir entgegenkommt. Was mit dem? Das ist gut! Das ist... Du sollst dann abfangen! Ach, du bist ja schon okay! Jetzt hau ich ab, tschüss! Ne, der sollst du nicht mehr mitnehmen! Der ist wie zu gefährlich da, Bulldozer! Ich lass mir doch keine Befehle geben! Guck mal! Red Panzer! Wir sind der Schockwave-Mod! Ach stimmt, apropos Red-Panzer! Jetzt fällt mir wieder ein, wenn ich da auf welchen General ich wieder Bock hab! Gar kein Observer? In der Schockwave-Mod! Der Observer, der würde dir ja passen! Genau! Am besten, wenn du alleine gegen die sechs Geschwere Gegner kämpfst! Luftwaffen, genau! Ach, man kann die ja bewegen, die, äh... Drogen, ne? Ja? Obwohl ich das schon wieder mit Schockwave- äh, mit Kontra verwechselt hab! So schnell wie ich kann! Ich werde das tun! Hey, da unten ist auch noch was! Wo soll ich gehen? Geil! Bradley, Alter! Wirklich? Was ist das für ein Scheiß-Name? Ey, Bradley, hol mal Bier! Ein bisschen neidisch, ja? Bradley, geh mal Bier holen! Ich werde mein Bestes! Ich werde mein Bestes! Wiiiiiii! Mit diesen billigen Bomben kannst du irgendwas erreichen? Bam, 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 bam! Ich bin neidischer! Alles weg! Mit diesen billigen Bomben! Also, wo hagen die bitte denn noch was? Er ist auch neu, dass der Ölturm jetzt auf einmal so anfängt Feuer zu fangen! Ist auch neu! Ah, hier! Die sind auch unter dir! Guck mal, da ist noch ein Kraftwerk und so! Unter deinen Truppen oben links! Ja, warte! Das geht wieder so! Die Fahrzeuge da oben sind zu weit weg! Muss ich die schicken! Okay, jetzt! Wo sind wir denn? Wir sind mit einem Foul! Ich glaube, so viel brauchst du nicht! Ich muss nur noch mal sicher gehen! Ja! Macht er meine Vide kaputt? Ich kann nicht angreifen! Du schießt daneben! Ja! Warum ich hier nicht angreifen? Das geht doch mal gar nicht hier! Ähm! Ähm! Warum stürzt sich das Zeug an? Eine schön langsame Kettenreaktion! Ja! Guck mal! Und perfekt aus! Perfekt gereicht! Was ist denn? Das ist schon einfach! Ich hab das ganz allein hier gerissen! Und... Ja, guck mal wer der Erster ist! Du irgendwo in deiner Bede! Ich... Ja schon wohl scheinbar, ne? Braun hat ein Gebäude gebaut! Oh man! 225 Truppen verloren! Das fühlt sich irgendwie scheiße an! 57 Gebäude! 80 Tausende verdient! Ich fühl mich schon irgendwie gut! Guck mal! Null Gebäude verloren! Sowas musst du mal machen! Ja, ne? Du wurdest ja auch gar nicht angegriffen! Außer von einem... ...Panzer! Hä? Warte mal, du hast... Ich hab... Du hast doch sogar einen Schwarzmarkt verloren! Nö! Äh... Ich hab ihn zerstört, aber ich bin ziemlich sicher! Ich würde sagen, ähm... Der Gegner hat ihn weggebombt! Dann ist ein Loch übrig geblieben! Ja... 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 Das sieht eigentlich als verloren! Ja... Aber es läuft! Muss man sagen! 31 Truppen gecreated! Ich hätte nicht gedacht, dass das ohne Fehler jetzt läuft! Ja! Das lag eigentlich nur daran, weil ich das hier so gerissen habe! Stell dir mal vor, ich wäre nicht dabei gewesen, ne? Ja, was für Leute hier doch! Decke, Alter! Ace, Alter! Nö, das kommt... Keine Chance hättest du gehabt! Baneblade! Weißt du, ich... Ich platziere überall Tunnel... Geh wieder mit dem Panzer hin, zerstör alle... Was machst du? Du bist weggebombt! Selbstmordschulbussen! So, Lalle! Das war die Folge! Äh... Das war die Folge! So, ihr liebe Zuschauer! Wann sieht sich... Man hört sich dann in der nächsten wieder! Tschüss! Das ist mein Wort! Tschüss! Das ist mein Wort! Hier habe ich gerade gesagt, ja? So, Ben hier! Dich will Kamera hören! Mann!